Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wesentlich stehen geblieben. Da waren wir in Porto Doro und sind gerade auf der Suche nach blauen Münzen. Und hier habe ich jetzt Rettigoshi gefunden. Der war hier mitten auf der Insel. Aber ich habe dafür die Story gewechselt und zwar auf rote Münzen im Korallendriff. Das wäre Kapitel 6, nicht Kapitel 8 wie ich es vorher hatte. So und jetzt werde ich jetzt mal überprüfen, ob ich das mit der Masse schon gemacht habe. Obwohl ich mich an sowas schon erinnern kann. Guck mal, man weiß ja nie. Na dann los. Jo, habe ich noch nicht gemacht. Das ist super. Also das ist wirklich super, dann brauchen wir jetzt noch weniger zu finden. Und das andere ist beim Wespennest. Ey Moment, wie komme ich jetzt von... Ah, okay. Das ist dann ein kompliziert... Ne, das ist ja wirklich komplizierter als ich dachte. Vielleicht mit einem Dreiersprung. Ne, warte, das ist gar nicht so kompliziert. Ah, da ist es ja. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Okay, probieren wir es mal. Oh oh. Hi, 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 caramba. Meins, 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 meins. Oh, wie viele Münzen die geben. Das hätte ich wissen müssen, als ich 100 Münzen gesammelt habe. Und das letzte, die letzte Biene, komm schon. Danke. Und damit hätten wir wie viele Münzen hier? 28. Das heißt, es fehlen nur noch zwei. So, jetzt muss ich wieder suchen, was die letzte Münze sein könnte. Das Problem ist, mir wurde gesagt, dass wenn ich jetzt hier gucke, es öfters ganz schön still ist. Das ist natürlich blöde. Und ich würde jetzt vorschlagen, ich lese jetzt einfach mal, was hier schon steht. Und vielleicht findet ihr ja sogar was heraus, man weiß es nicht, was vielleicht übersehen wurde. Also, ich gucke mal nach. Geht wieder in den höheren Bereich, nach links. Doppeln, ihr nehmt im linken Spiegel einen Holzschirm. Springt drauf und per Boost-Upgrade von der Spitze in die... Das haben wir schon. Da bin ich mir sicher. Seid ihr von der Münze... Ja, das haben wir gerade auch schon gemacht. Hm. Das... Wir haben wirklich alle Sand-Symbolen gefunden, glaube ich. Es sind vier Stück. Haben wir vier Stück? Ja, ich glaube vier Stück haben wir. Das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Das mit dem Seil. Und der Münze. Und ich habe gerade irgendwas komisches hier. Hä, nee, ist alles okay. Okay. Ähm. Das haben wir auch erledigt. Die blauen Vögel haben wir beide. Vielleicht im Wasser. Ja, hier drunter haben wir das Ding. Dann die Dreiecke haben wir auch. Das M haben wir. Sucht am Strand. Mit den vielen blauen Gegnern, den einzigen roten. Bei welcher Mission ist das denn? Story 1. Das haben wir definitiv nicht gemacht. Das heißt, wir gehen raus. Also, in Story 1 sucht von den vielen blauen Gegnern. Unter den vielen blauen Gegnern ist ein einziger roter. Und dieser einzige roter ist natürlich sehr verdächtig. Denn dieser... Tja, bringt uns eine blaue Münze. Das ist super. Dann machen wir das auch sofort. Und ich würde sagen, die letzte ist irgendwie mehr. Was anderes sehe ich hier nicht. Das andere haben wir, glaube ich. Warte, was ist das? Haben wir auch gemacht. Ja, da ist der roter. Ich sehe ihn schon. So. Roter. Roter. Hier geht es jetzt an die Gurgel. Hier, Gurgel, Gurgel. Nom. Die nehme ich gerne mit. Das war jetzt 28. 29 haben wir jetzt, oder? Das ist super. Das ist echt super. Dann schaffen wir vielleicht sogar die letzte. Hoffe ich. Die Frage ist, wo schaffen wir die letzte? Ich muss jetzt im Wasser schwimmen. Ich habe keine Bock, um Wasser zu schwimmen. Kann ich den einfach von hier finden irgendwo? Bei den Fischen vielleicht? Nee. Die sind zwar blau, aber die kann ich ja... Da habe ich ja keine Möglichkeit, sie zu töten. Fische kann ich nicht töten. Vielleicht, wenn ich mit diesem Upgrade hier rumdüse, sehe ich das auch. Hoffentlich. Das ist ein Fisch, oder? Das ist ein Fisch oder eine Münze? Das ist aus einer Münze. Ach, das geht unter Wasser auch. Das wusste ich nicht. Ah, da ist eine Münze. Da, da, da. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie. Boah, habe ich gute Augen. Wir haben die letzte Münze in Portador. Oder? Nee, das ist nicht Portador. Das ist Playa del Sol. Haha. Portador haben wir schon abgeschlossen. Das heißt... Tschüss, Playa del Sol. Kurs verlassen. Wie viele Münzen haben wir jetzt? Neun? Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt. Oder beziehungsweise nicht darauf geachtet. Ja, wir haben 30 Leben. Hallo? Neun. Gut. Äh, neun. Das Nächstes kommt. Äh. Parco Fortuna. Parco Fortuna haben wir 15. Das wird eine schwere Geburt. Ih, eine Geburt. Voll eklig. Miau. Portadoro. Äh, Porto. Pah, meine Güte. Ich will immer nach Portadoro. Ich vermisse es jetzt schon. Wir werden nie mehr dahin reisen. Ähm. Parco Fortuna. Auf jeden Fall. Rein da. Danke. So, Parco Fortuna. Was ich auch sagen muss, mein Lieblingslevel ist. Von allen. Ich schlage mal kurz die Lösungen auf für Parco Fortuna. Äh, wenn der Schiss klappt hier. Das ist ja super. Hier auf der Seite gibt es nur Lösungen für Zelda. Für Zelda. Für Zelda-Spiele. Und nur ein Mario-Spiel dabei. Und das ist super Mario-Sanschein. Das ist echt super. Ähm. Aber die Lösungen sind echt gut. Parco Fortuna. Gehen wir mal auf die Seite mit den blauen Münzen. Also. Ähm. Ach, ne. Das sind schon wieder diese fiesen. Ihr müsst hier... Okay. Okay, ist gut. Kapitel 1. Hierfür müsst ihr erst den guten Yoshi besitzen. Wie den guten Yoshi. Gibt es auch einen bösen Yoshi? Habt ihr ihn einmal für die Welt freigespielt? Geht rechts an den Strand. Am Ende schwirrt ein blauer Schmetterling herum. Der eine blau... Blaue Münze. M-m-m-m-mütze. Münze mit sich bringt. So. Wo ist ein Yoshi? Hier, da ist Yoshi. Was will denn der? Sehe ich das von dir aus? Eine Kokosnuss, glaube ich. Frage, wo ist diese Kokosnuss? Da sind blaue Schmetterlinge. Ähm. Wo sind hier nochmal die Kokosnüsse? Hm. Komm, wir ziehen uns das mal hier. Urlaubsmäßig an. Yeah. So, die Suche kann beginnen. Die Körbe haben wir ja alle auseinandergenommen. So, wo ist hier... Kokosnuss? Ah ja, die sind ja irgendwo vergraben, ne? So, die mich in Sinne. Biss dich. So. Und hier sieht man schon, was ich meinte mit fies versteckt. Aber dafür sind hier richtig viele davon. Naja, nicht richtig viele. Zwei Stück. Glaub ich. Oder? Nur zwei Stück? Ja, das wäre das erste. Und das zweite ist hier irgendwo. Ja, da. Oh oh. Er brennt, er brennt. Hä? Und das macht mir nichts aus. Das hilft mich. So, jetzt ist er tot. Alter. Ihr seid zwar niedlich und so, ne? Aber auch schon nervig. Könntest du... Mario? Könntest du dir das bitte? Danke. Hallo. Danke. So. Und Yoshi will ne Kokosnuss. Yoshi will ne Kokosnuss. Wo finde ich denn ne Kokosnuss? Das ist keine Kokosnuss. Ähm. Irgendwo im Sand muss ne Kokosnuss versteckt sein. Ne Banane. Ne Banane, ne Banane. Drachenfrucht, schon wieder. Ich nehm jetzt immer Drachenfrucht. Das ist so eine Drachenfrucht. Ich hab keinen Plan. Das heißt, Stacheln. Ein Drach hat am Schwanz Stacheln. Drachenfrucht. Fertig. Erklärung für Drachenfrucht. Wieso, weshalb und warum. Aber es gibt die Drachenfrucht, oder? Oder hab ich das nur erfunden? Ich weiß es gerade selber nicht. Aber das ist ne Birne. Er will keine Birne. Er will was Grünes. Lloyds. Der Strand hat jetzt alles ausgespuckt. Außer ne. Verdammte Kokosnuss. Ananas. Ah, jetzt hat er alles ausgeschüttet. Warte, niemand. Verdammte. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ich brauche uns zu verdammten Schmetterlinge hier. Lloyds. Hallo. Hallo, Freunde. Schon wieder in der Birne. Das ist echt nervig. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich die Kokosnuss gefunden habe. Bis gleich. So, da hätten wir die Kokosnuss und können die endlich mitnehmen. So, für dich, Yoshi. Okay. Dass du da bist. Und jetzt friss diesen blauen Schmetterlinge auf. Und gib mir eine blaue Münze. Nicht die gelben. Ah, okay, die gelben. Können sie besser schmecken. Ah, da haben wir es. Sichern. So. Und da ist noch ein blauer. Bringt auch was. Hallo. Oh, der bringt auch was. Das ist sehr gut. Und da ist noch ein blauer Schmetterlinge. Und da ist noch ein blauer Schmetterlinge. Hier steht aber nichts von zwei blauen Schmetterlingen. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Geht in den Park und lasst Metallmar... Ach so. Geht in den Park und lasst Metallmario erstmal abhauen. Stellt euch gleich ein paar Meter seitlich an der Treppe auf die Schirmdächer. Dort seht ihr einen blauen Vogel. Erwischt ihn ein paar Mal und er hinterlässt eine blaue Münze. Warte, wie viele Münzen haben wir jetzt hier? 19. Das ist doch schon mal ein Anfang. Fehlen ja noch 11. So. Ich würde sagen, das erste Kapitel schließen wir noch ab. Was hier beschrieben wird. Das heißt, wir müssen... Wir müssen jetzt... Ganz vorsichtig... Moment, wo steht das? Geht über den Schneewartel. Geht in den Park und lasst Metallmario, was eigentlich Schattenmario ist, erstmal abhauen. Stellt euch gleich ein paar Meter seitlich an die Treppe auf und schaut auf die Schirmdächer. Dort seht ihr... Ah, okay. Schaut auf die Schirmdächer. Ich halte euch hier einen blauen Vogel. Welchen Schirmdach meinst du denn? Ah, da sehen wir ihn schon. Ach, verdammt, er ist aufgehauen. Dir nervt. Ganz ehrlich. Dir nervt, sagte ich. Ja, komm her. Komm her. Hast du jetzt nicht gedacht, ne? Hast du nicht erwartet. Kleiner. Ja, da guckst du blöd. Meine Herren. So. Hallo. Hallo. Blauer Vogel, kommst du eigentlich wieder? Da bist du. Da bist du. Da bist du. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo. Komm her. Das sind zwei blaue Vögel. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, gerade noch einen gesehen. Darf den einen nicht aus den Augen verlieren. Komm her. Komm her. Komm her. Und deswegen spiele ich keine Shooter Games. Oh, da ist mir das Pad auf Ruhm gefallen. Ah, das tut weh. Hallo. Hallo, Vogel. Da bist du. Ich sehe dich. Ich sehe dich, kleiner Vogel. Komm her. Komm her. Komm her. Ich will das erste Kapitel abschließen, Mann. Hallo. Muss ich ihn. Wo ist der kleine Racker hin? Hallo. Das fühlt mich jetzt. Hey, ist der abgauen? Da ist er. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts. Oh, meine Frisse. Komm her. Ich schwöre dir, komm her. Ich bring dich um. Hallo. Oh, da bist du ja. Komm her. Hallo. Hallo. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ich habe keinen Plan. Da ist er ja. Komm schon. Gib mir doch einfach die blaue Münze, Mann. Wo fliegt er denn immer her? Hallo. Komm her. Wir warten einfach, bis er wiederkommt. Ganz ehrlich, ich habe sonst keine Chance. Da war er oder nicht? Da, da, da kommt er. Endlich haben wir dich. Ich sag, ist er gerade verschwunden? Hat er sich gerade selber in die blaue Münze verwandelt? Ich dachte, ich lasse ihn auf den Tino fallen. Okay. Dann als nächstes, was hier steht hier als nächstes? Äh... Geht nach rechts im Karussell mit den Muscheln. Unter den blauen Muscheln findet ihr eine weitere blaue Münze, nachdem ihr sie angespritzt habt. Hä? Die ist aber grün, die Muschel hier. Ganz ehrlich, die ist grün. Oder bin ich farbenblind? Die ist grün, oder? Grün ist super. Äh... Gibt es noch was? Ne. Eine blaue... Vielleicht gibt es auch was in der blauen. Ne. Das war's. Geht schräg nach vorn, wo die beiden Boote im Wasser hin und schwimmen. Im Treppenaufgang auf der anderen Seite... Ähm... Am Treppenaufgang auf der anderen Seite unter dem Ende der Treppe schwimmt in den kleinen Käfigbereich. Mit einem Spucken und dem Hauer kommt ihr an eine weitere Münze. Habe ich das schon? Ich glaube, ja. Ja, das ist der. Das ist der Käfigbereich. Der ist gemeint. Ähm... Neben der Treppe an der Wand... ...ein M-Symbol angezeichnet ist... Äh... Das M-Symbol haben wir, glaube ich, schon. Ups. Ah, ich muss das doch beenden. Hier. Also, wir machen es dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben 15 blaue Münzen. Hier, insgesamt haben wir jetzt... 21. 29 fehlen noch. Vielleicht schaffen wir es dann dieses Mal. Bis demnächst und tül.